Hallo zu meinem heutigen Video. Heute wieder mal ein Monatsvideo. Ja, ich bin hier auf der Halbinsel Senja in Norwegen und ja, habe gedacht, ich mache das direkt von hier. Da ich leider keine Videos vorproduziere, ist es wieder so, dass mein letztes Video vor elf Tagen erschienen ist und ich somit wieder im YouTube-Algorithmus nach unten sinke. Okay, naja, es ist halt nun mal so, es ist ja immer noch ein Hobby und ich mache meine Videos eigentlich so, wie ich Zeit habe und Lust habe. Und jetzt habe ich einfach Zeit und Lust, hier von diesem Wohnmobil aus ein Video zu machen. Meine ganzen Freunde und Kollegen sind in einer Mietwohnung. Wie es dazu kam, werde ich natürlich noch in meinen YouTube-Videos erklären, denn ja, eigentlich wollten wir so schnell keine Mietwohnung uns nehmen, aber das Wetter hier gerade in Norwegen ist nicht zu unserem Gunsten, ganz anders wie letztes Jahr in Schweden. In Schweden hatten wir natürlich tolles Wetter, hier leider, leider nichts so tolles. Wir warten immer ab und ja, Glück oder Unglück, wie man es nehmen kann, nachts dann, wenn alle normalen Menschen in Deutschland oder in Europa, Mitteleuropa schlafen, dann wird es hier dann auf einmal wieder schön. Wir verfolgen wirklich das Wetter stündlich. Und gestern Abend ist ein Teil unserer Gruppe wirklich total spontan hoch zum Berg Segal. Auf jeden Fall sind die da hoch gestern, anscheinend sehr anstrengend. Ich wurde natürlich kurz geweckt, ob ich da auch mit will, habe aber dann die Information gegeben, Leute, ich bin müde, ich bin echt müde. Wir haben die letzte Zeit durch diese Zeitumstellung und auch, sage ich mal, dass es nie dunkel wird, sehr wenig geschlafen. Der Körper macht mit einem Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, man ist nachts um zwei, drei mit Freunden am Lagerfeuer, trinkt was, es ist gemütlich, es ist warm. Und man kann immer wieder mal ein Foto machen, immer wieder mal Drohnenaufnahmen machen, weil die Lichter hier auch genial sind, genau für solche Dinge. Und man schläft kaum, das müsst ihr euch mal so vorstellen. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir eine total lustige Truppe sind und ganz klar miteinander gut auskommen, dass das vielleicht der Grund ist, dass wir eben, ja, wenig schlafen und dann geht ein Teil schlafen, der andere bleibt dann doch wach, dann während der eine geht, steht dann der andere wieder auf und ja, wir sind sechs Personen und da kann das schon mal so sein, eben, dass man mal auch, ja, am Tag vier Stunden schläft oder maximal fünf und dann geht es auch wieder weiter. Wir sind sehr viele Kilometer gefahren, ich behaupte, bis jetzt sind es circa 5000 Kilometer. Ihr wisst ja, ich komme aus Donnereschingen, da muss man erstmal quer durch ganz Deutschland und dann sind wir praktisch über Fährmann nach Dänemark und dann über Malmö eben nach Göteborg, haben den Sebastian abgeholt, dann Richtung Ostküste ganz hoch eben bis Finnland, an der finländischen Grenze, schwedisch-finländischen Grenze, Richtung Norwegen, waren beim Nordkap bei sehr gutem Wetter. Ich habe da mega Drohnenaufnahmen gemacht, also bin selbst total gehypt. Ja, ich werde am Ende von diesem Video euch tatsächlich noch mein neues Intro zu meinem Norwegen-Tour eben vorstellen. Also ich werde es laufen lassen, ich hoffe, es gefällt euch. Das wird so immer der Opener von meinen Videos, die jetzt dann kommen werden. Keine Ahnung, wie viel ich zusammenkriege jetzt momentan, sind es eigentlich so unspektakuläre. Die Anfahrt nach Norwegen werde ich definitiv euch präsentieren, dass ihr einfach mal sehen könnt, trotz der ganzen Fahrerei, wie lustig es auch ist mit Deuten, mit denen man sich versteht. Natürlich gibt es auch bei uns mal hin und wieder mal Meinungsverschiedenheiten, Reibereien, aber ich denke, jeder von uns erfährt über sich selbst bei so einer Tour sehr, sehr viel und entwickelt sich auch eben in unserer Gesellschaft, finde ich, sowieso dieses komplette isoliert sein, für sich sein, macht schon auch ein bisschen was kaputt. Und bei so einer Reise lernt man auch mal, wieder mit Menschen klarzukommen, die vielleicht andere Meinungen sind oder halt nicht den, sag ich mal, Anforderungen entsprechen, wie ein Mensch zu sein scheint. Ich meine, schon der Gedanke ist krank. Und ja, ich sehe das immer so toll, mit ein paar Leuten zusammen in den Urlaub zu gehen, mit denen man sonst nicht so viel Zeit verbringt. Von dem her finde ich das ganz okay, so wie das ist. Ja, technisch gesehen, also ich komme jetzt mal auf die technische Seite, bin ich sehr viel mit der DJI R2S unterwegs. Ich mache sehr viele Drohnenaufnahmen, bin glaube ich schon bei 150, 160 GB Drohnenmaterial und wir sind ja nicht mal 10 Tage hier. Also die erste Woche ist gerade mal so rum. Und aufnehmen tue ich meistens tatsächlich mit meiner Pocket 2 von DJI und hier gerade mache ich meinen Vlog mit meinem Osmo Action und werde auch heute Abend oder morgen früh, wenn wir wieder wandern, wir werden wieder eben einen Berg bewandern, diesmal gehe ich mit, und ja, werde ich meine Actionkameras mitnehmen und auch meine, ja, große Sony Alpha 6500 zum Fotografieren wird dabei sein. Windstärken sind leider sehr hoch, das heißt, ich werde da oben keine Drohne fliegen, denn das soll 80, 70 kmh sein und das ist schon sehr gefährlich für uns, wenn wir nicht vorsichtig genug sind. Für eine Drohne wäre es dann wahrscheinlicherweise noch um einiges gefährlicher. Ja, letzten Monat, was ist denn da bei mir gegangen? Ganz ehrlich, viel ist nicht gegangen. Ich habe Farbe für mein Wohnmobil gekauft, für mein Tony. Das ist schon mal gekauft, das muss, jetzt werde ich nach meinem Urlaub den erstmal hier genießen, wieder nochmal drei Wochen hier. Dann werde ich echt tatsächlich anfangen, den Tony außen zu säubern erst mal, Dichtungen zu erneuern, dann wieder zu anfangen zu lackieren. Also mit der Rolle werde ich meinen Oldtimer ein bisschen aufpeppen, hoffe ich mal, mit sehr hochwertiger Farbe, die ich sogar aus der eigenen Firma mitgenommen habe. Und ja, dann innen drinne werden wir es verschönern. Ich hoffe, dass es dann alles ein bisschen anders aussieht wie jetzt, vielleicht ein bisschen gemütlicher. Mein Tony sieht ja jetzt schon gemütlicher aus, aber ein bisschen gemütlicher und werde dann auch mal vielleicht eine Reise in die Schweiz machen, nach Österreich, jemanden besuchen. In der Schweiz war ich ja schon öfters mal bei dem Stefan. Den Stefan vielleicht auch mal besuchen, ja. Und da sind so solche Touren geplant, Wochenendentouren geplant. Da wird ihr auch immer dabei sein, wenn es was zum Sehen gibt. Ja, und was liegt es noch so an? Also wie gesagt, wir werden einiges hier in Norwegen uns anschauen. Ich werde einiges versuchen aufzunehmen, euch zu präsentieren. Ja, technisch hat sich bei mir nicht viel verändert. Ich bin absolut zufrieden mit der Technik, die ich habe. Ist ja nicht wenig. Ich habe mit dabei die Pocket 2, ich habe die Action 2, ich habe Insta 360 Go, habe ich dabei. Ich habe eben die zwei Action, Osmo Action, die ersten Modelle zweimal dabei. Ja, ihr merkt einfach zum Vloggen, benutze ich tatsächlich mehr so die kleinen leichten Kameras, trotz kleinem Sensor und tue die APS-C Kameras, die ja mit lichtstarken Objektiven, ich habe das Sigma 16mm mit dabei. Ich könnte auch mit denen unterwegs sein, aber gerade so bei Bergwanderungen oder wenn es hier, ja, sag ich mal einfach durch die Natur geht, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich mit solchen kleinen Action Kameras besser bedient. Wobei es auch hier jederzeit, besonders bei Gebirge, das Wetter kann umschlagen. Man kann auf einmal Regen haben, starken Wind. Ja, da bin ich dann schon eher so der Typ, der dann hingeht und sagt, ja, dann nehme ich lieber die Action Kameras, da sind die ein bisschen robuster gegen so Wetter. Ja, was anderes ist eigentlich nicht passiert, außer sehr viel Autofahrerei. Ein paar wunderschöne Sachen haben wir schon gesehen. Das werdet ihr jetzt im Anschluss euch anschauen können, wenn ihr das möchtet. Ja, das war es für diesen Monat. Bis nächsten Monat bei diesem Format. Ansonsten kommen Vlogs, Technikvideos und Diverses. Ich bin raus, euer Murat. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.